Ah, bitte. Flüstert Oma, als sie zum Gute-Nacht-Sagen hereinkommt. Weißt du, wie lange die Reise von Felix noch dauert? fragt Sophie. Nun, das ist schwer zu sagen, meint Oma und fügt nachdenklich hinzu. Reisende soll man nicht aufhalten. Sophie überlegt. Heißt das, dass Felix niemals zurückkommt? Plötzlich hat sie ein Wicken Kloß im Hals. Keine Sorge, zu Weihnachten ist dein Felix bestimmt wieder zu Hause. Da bin ich mir ganz sicher, sagt Oma leise und gibt Sophie einen dicken, guten Nachkuss. In dieser Nacht zählt Sophie keine Schäfchen, sondern die Tage bis Weihnachten. Hier ist Oma. Halt diese Flüge. In die Flüge. Geh unter den Flüge, Oma. Oma ist Füge. Enttäuschen. Costaraft. Wo sind die W契ation. Ich bin ich in die Flüge. Ich bin eigentlich in der Flüge. Es hat auch nur einen Lund, um eine St económone sein. Hier sind alle hin, ich kann das Mädchen z milligrams. こんな in der Flüge von utilisecape.